Bei Fiegel und Spielberger sind wir mittlerweile 500 plus Mitarbeiter, die keinen Kompetenzenwinkel ab uns in der Elektrotechnik, aber auch in der Elektronik. Wir sind immer auf der Suche eigentlich nach jungen, motivierten Leuten. Kunden erstrecken sich von Privat bis zum Industriebereich, so wie große Hotels, Fünf-Sterne-Hotels, große KVSA, Banken, Scholl. Überall war keiner weg oder was sich überrascht werden muss, das Übernehmen niederbaut. Der Bereich Sicherheitstechnik bei Fiegel und Spielberger umfasst natürlich auch ein grösseres Spektrum, darin befindet sich eigentlich die Brandmeldetechnik, aber auch die Videoüberwachung, die Alarmanlage und das elektronische Zutrittssystem. Ich bin wirklich schon ein super Arbeitgeber, weil wir ein großartiges Team sind. Kollegiale Zusammenarbeit, fast schon familiäre Zusammenarbeit, was wir in der Firma haben. Das tun wir um, dass wir uns jetzt da wohlfühlen. Das ist auch wie schon gemeint bei der Bewerbung. Wenn du motiviert bist, die technischen Voraussetzungen mitbringst, interessiert bist an spannenden technischen Projekten, dann bewirb dich bei Fiegel und Spielberger als Elektroniker. Ich bin wirklich schnell ausger FOR, dein dein König und du bist so viel zu Hause, das ist schon mal aufgefallen, du bist so schlimm, du bist so schlimmig, du bist so schlimm, du bist so schlimm, du bist so schlimm, du bist so schlimm, Untertitelung des ZDF, 2020